Ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 days to die mit mir den Kabinen Tag 3 und äh, ja, wir haben unsere Schmelze zusammen, das heißt, ähm, ab jetzt beginnen die rosigen Zeiten, hoffe ich doch. Ich werde trotzdem die Kniften erstmal hier reinpacken, weil wie gesagt, heute technischerweise die Munition ist knapp, aber ich täte die doch da gerne da behalten. So, und ich werde jetzt schon mal nebenbei nahrungstechnischerweise Sachen anstellen, die wir auf jeden Fall schön uns erstmal gönnen. Und dann gönnen wir uns Holz und ich Holz nehme mir aus, ich werde dann Spikes machen. Es wird progress geben, oder wie das so heißt. Wunderbar. So, dann kann ich jetzt mal Wasser abkochen und ein bisschen Nahrung. Oh ja. Oh nee, ich kann ja nur ja keine richtige Nahrung herstellen, weil da, es fehlt ja uns auch noch ein bisschen was. Aber wir können schon mal ein bisschen besseres machen. So, das ist fertig, das ist drinnen. Da brauche ich noch Holz. So, wir holzen es ja nicht aus, äh, halten, ja jetzt schon, halten das nicht aus. So, zack, Pommes Rinder. Gut, ich kann mir jetzt machen, verjammelt das Fleisch, also nicht verjammelt das Fleisch, aber nicht so hochwertet Fleisch. Weil, das ist noch nicht freigeschleitert. Da muss ich noch in, äh, Level, in Nahrung investieren. Ich hab ne Idee. Ich weiß, wie wir unsere Nahrung natürlich hochrutschen. Äh, und zwar, ne, warte mal, das Wasser muss ich ja so oder so machen. Oh, die Maiskolben kann ich, die Maiskolben kann ich ja machen. Ähm. Wie gesagt, die werden wir jetzt bauen und aufwerten, da kriegt ihr Punkte. Das ist doch alles gut. Dann machen wir uns mal ein Maisknödel hier. Zack, Pommes. Alles ist besser als Januscht. Ohne Brot. Ja, da brauche ich das Wasser. Da brauche ich das Wasser, aber das will ich dafür nicht, äh, investieren, weil ich will schöne, klare Wasser. Frischig, klares Wasser. So. Na? Dauert ganz schön lange. Warum dauert das so lange? Ich habe Hunger. Warte mal, erst mal den Stapel da los, wie gesagt. Äh. Wo sie ja jetzt nicht in meinem Inventar haben. und, äh, tütütütütütütütütütütütütütütütütütütütt. Lassen wir auch erst mal da, wo es ist? Und eigentlich hätte das daardar nehmen müssen. Na ja, gut. Sparen wir schon mal, weil ich ein bisschen Platz habe. Und warum schmeiße ich die Steine da in? Bin ich denn bescheuert? Ich brauche die doch. Hat man euch gesehen? Wenn ich was brauche, ist es Steine und Federn. So. Gut. Heide in Komming. Da sind sie. Maiskolben in Komming. Zähne Nahrung und Gesundheit fünfe. Aber minus fünf Wasser. Aber so Maiskolben, der ist doch wässrig. Wenn er frisch ist. Naja, gut. Rinn in den Hals. Na, Nahrung ist ja eigentlich nicht ein Problem. Trinken ist ja nicht ein Problem, ja. Wollen wir mal benutzen. Give me the water. Please. I am the dust. Ich bin nicht der dust, sondern ich habe dust. So rum. Ich bin dust, ey. Give me. Dust, please. Do it. Gut, aber ich sollte es hier denn übrig lassen, weil ich muss mir wahrscheinlich, obwohl, wenn ich jetzt hier noch Wasser kriege, aber abgekochte Wasser so, das dauert ja leider noch ein bisschen. Wollen wir mal, das wird mir auch dahinter. Ne, lass ich das erstmal. Warte mal, nee. Machen wir mal, wenn wir wieder zurückkommen. Ich kann ja auch hier diesmal noch nicht anfangen zu asen hier. Es ist noch nicht fertig, aber es wird fertig, wenn wir was brauchen. So. Ja denn. Raus. Und dann Holz brühen. Wollen wir mal, wie sieht es denn aus mit der Axt? Dürfte eigentlich noch nicht besser sein, wa? Ne, ist noch nicht besser. Muss ich ja erstmal weiter hier investieren. Na klar. Sauber da. Wer hätte es gedacht? Ich muss mal erstmal befreien meinen Grund und Thronen hier. Ja, rund um den Keller, der wurde ja jetzt annektiert. Ob der, äh, für uns mitkämpft? Ich glaube mal eher nein, wa? Ja, ja. Wir wissen es. Ausdauer. Ausdauer ist auch Schmauer. Warte mal, ich kann ja eigentlich die Bärschen-Norin-Pfeifen. Ja. Gönn dir. Äh, eine Biere, eine Nahrung. Naja, gut, was hast du erwartet. Bären sind dafür nicht, äh. Er hat sich ausgelockt. Bären sind dafür nicht, äh, äh, äh. Bekannt groß zu sein und, äh, nahrreich und so, ne? So, Kohle. Wenn sie schon mal da ist, ne? Rende, Sprauner werden hier nicht geduldet. Ja, hier habe ich, äh, 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 mit denen ich mir dann zum Schluss, äh, die letzten Klebestreifen hier gestellt habe. Der lag hier. Dazwischen. Oh, es klärt auf. Guck mal, mal. Weiter geht es. Spikes. Spikes, Spikes. Spikes. Warte mal, nee, der ist immer noch nicht besser. Logischerweise, ähm, muss ich ja auch erst mal, der hängt ja auch an, Levelze. Levelze ist, und ich brauche neue Nester. Ohne Nester keine neuen Feine. Und wie gesagt, wenn ich so über die Ewigkeit, äh, mein Trefferquote ist, werde ich da wohl noch so, äh, 100, 200 Feile brauchen für ihn, Zombie. Warten sie, bis Ausdauer da sind, äh, ist, denn können sie auch mehr rumknöpeln. Ein Level. Ich habe ein Level. Wurde erst mal Krümel von meinen Finger weg, Poel, Alter. Level, Werkbank, ich komme die schon wieder ein Stück näher. Siehste? Äh, nee, siehste nicht, aber jetzt haben wir, so, uns fehlt jetzt noch ein Punkt. Ach, ich bin doof, zwei Punkte fehlen uns. Ich war Level 1. Ich muss auf Level 4. Wie gesagt. Aber wir wissen ja, wie gesagt, wer baut, kriegt schnell Punkte. Hat man jetzt ja gerade eben gesehen. So, ich würde aber trotzdem gerne auch so in Stummen oder so zwei mitnehmen. wenn möglich. Na gut, ich habe ja eigentlich einen Punkt von Landleben. Vielleicht ist ja die Möglichkeit, dass wir hier den Honig rausbrühen. Oder muss ich das voll haben? Ich glaube, ich muss das voll haben, Dann hätte ich mich auch manchmal hier auch Honig rausbrühen können. Wie sie haben dos. Sie haben doch gerade erst ein Glas die zwei Gläser Wasser getrunken. Sie sind ja ein Schluck specht. Aber wie gesagt, wenn das erstmal so weit steht, äh, dann haben wir wieder ein bisschen Zeit. Ja, ja, kann. Wie gesagt, also so zwei Tage oder einen Tag vor Hornbeginn brauchst du damit ja nicht erst anfangen. Denn es sind alle bloß hier so Lickenteppich. Lieber es rechtzeitig anfangen. Spad Probleme. Jetzt ist es aber gut. Und da ist ein Nest. Und die Eier, die sollte ich mir dann auch, äh, so machen, ne? nahrungstechnischerweise, ich glaube, gekocht sind die besser. Bischo. Oh, jetzt haben wir schon drei. Naja, gut. Von Land leben, ne? Ich bin ja außer Land und Brand, äh, 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 außer Rand und Band. Wir leben von Land. Doch das ist verbrannt. Irgendwann mal. Keine Ahnung. Es war wieder da. Ah, krass, dass die Steine nicht mehr so, äh, stufenweise, äh, abgebaut werden, war? Das auch ein bisschen Performance gibt. Möglichst ja alles. Warum sind hier keine Stumpen? Du bist kein Stumpen. Ich könnte aus die Stumpen machen, aber kann das auch sein lassen. Weil, wie gesagt, erst mal ist Spikes und, äh, Dingsproduktion, äh, Nahrungsproduktion unser anliegen. Oh, ich hab mir jetzt einen zerstörten Glitter vorgestellt. Ich hab bloß die Tanne gesehen und bin schon innerlich wieder zusammengezuckt. Um zwei Zentimeter. Ähm, äh, ähm. Man wie ist ja nie. Vorsichtig ist. Mutter und Porzellan und so und Kiste. Die war es eben mal mehr vorsichtig als zweimal. Weil, wie gesagt, Permadeath und so, dann ist unser ganzer Stuff, den wir jetzt so an Leibe tragen, futsch. Wird es jetzt nicht so schnellmäßig, äh, nachzubauen. Das Einzige, was mir fehlen wird, ist die Mod. Weil, wie gesagt, wir haben ja eine Mod in den Klamotten drin, dass wir Lebensenergie wieder bekommen. Tja, die wäre denn futsch. Ja, ja, Ausdauer. Ich würde mal auch sagen, wenn wir dann zurückkommen, dann dürfte auch schon die nächste Wassermüller da sein, ne? Vielleicht sollte ich auch einen Kaffee investieren. Und zwar, ich glaube, so einen oder zwei Kaffee müssten wir auch schon machen können. Hallo, Krabbli. Was ich jetzt so vermehrt überhaupt nicht sehe, ist ja, äh, Nesta. Also, vermehrt mal überhaupt ja nicht. Also, Wetter lichtet an meine Augen, oder? Sie sind rar, hier. Siehst du? Gesprochen, schon ist sie da. Leider nur Federn. Es wäre besser, wenn es eine Kombination aus Federn und Eiern ist. Aber gut. Botany ist, ist ihn halt nicht. Oh, Nitrat. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das Villa unter unserer Hütte ist. So, on mass. Und wenn das on mass ist, ist Munition auch on mass. Very mass. Oder so. Hm. Das habe ich mir irgendwie besser vorgestellt. Also, jetzt nicht so, aber ich meinte jetzt, das war heute so ein bisschen mehr hier so Federn und so und Eier krehen. Und wenigstens damit über die Runden kommen. Habe ich, habe ich, habe ich. Holz könnte auch noch ein bisschen mehr wieder sein. Aber trotzdem, Pfeile sind ja drin. Pfeile in 3, 2 kommen. Da ist ein Klumpfuß. Ein voluminöser. Der kann ruhig da bleiben. Und bitte gib uns Honig. Was für ein Baumstumpen. Du mieser Verräter. Ich will den Teufel nicht an der Wand malen. Ich habe schon ihn so eins weh instecken können. Und ich war bis jetzt noch nicht identifiziert. Es heißt infiziert. Ich weiß. das ist also bloß eine Frage der Zeit. Und dann wäre das ganz gut, wenn wir so einen Stumpen oder so schon mal hätten, wo auch Mats rauskommt, die wir brauchen. Nummer 2. Ja, ja. Dü, 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 dü. Ah, die alte steht genau neben dem Stumpen. Lassen wir uns nicht lumpen. Ich gönne mir gleich den Stumpen. Im Nebel. Ja, warum denn nicht? Von Regen in die Traufe. Gut, wenn ich sie nicht sehe, sieht sie mich hoch nicht. Wahrscheinlich nicht. So, ich muss aber dann auch wieder langsam zurück. Also nach den Stumpen muss ich mindestens immer nach Hause, weil, wie gesagt, Physigkeit. Das fragt mich, ob ich jetzt nochmal einen Zweeten entstelle. Und ob ich den vielleicht auf ein Dach stellen sollte. Da müsste ich aber dann erstmal ein paar Sachen umbauen. Aber das wäre safer für die Horde, ne? Weil die werden den uns komplett zackloppen. Auf jeden Fall. Und das wäre nicht so günstig für uns. Also überhaupt nicht günstig für uns. So, die Nahrung ist jetzt hochfritter. Aber müssen wir jetzt erstmal da durch. Da muss ich erstmal durch. Und da ist er. Baumfeld. Ja, ja, ich gehs. Ich muss Sachen produzieren, Mädel. Da kannst du jetzt nicht stören. Das geht so nicht. So, krieg dich jetzt so weg. Weil du bist ja ne ganz wilde. Ganz schön wild tot bist du, aber ganz schön schnell. Aber das ist mir ganz lieb. Ich bin im Teil ein Killer. Es wäre schön, wenn das bei den anderen auch so wäre. Aber gut, vielleicht hat es sich noch nie umgesprochen. So, na, dann können wir uns den mal. Oh, Dicker, bleib da, wo du bist, ja. Ja, mein... Halte durch. Was, doch gleich. Jetzt kommt der jetzt schon wieder in unsere Richtung, wa? Ja, sie geht. Kein Honig, Alter, du bist doch... Ja, ja. Ich glaube, es ist weh. Das ist nicht so gut. Äh, Hütte, da. Ja, ne, so... Gehen wir jetzt mal schnell nach Hause. Machen wir unsere Eier. Das klingt zwar schwierig, aber das ist ja so. Und, äh... Dann brauche ich noch ein bisschen Water und dann sind wir da ready. Ich muss... Moment mal, für die Eier brauchte ich da auch Wasser, oder? Ist irgendwie... Kommt mir das gerade in den Sinne. Irrschen, was war in diese Richtung gewesen? Ich könnte fast sagen, das ist so. Da war mal ein Zombie. Die kann ja so lang laufen, wie gesagt. Wir schweren Konflikte erstmal aus dem Weg gehen, um unsere Chancen zu erhöhen, um später massig hier abzumoksen. Oh, ja. Aber erstmal will ich unser Problem Nahrung mit so in den Griff kreieren. Ist hier ein Hund drin? Hallo. Hier schon mal nicht. Ich kann mir vorstellen, dass da Hunde drin sind. Hier müssen sie eh nach. Oh, das ist Nahrung. Warten sie mal ein paar Sekunden. Oh, das sind doch keine Münzen. Das ist immer scheiße. Hattest du nicht gesehen. Jetzt die Igna aus. Wie gesagt. Das Ding abbauen und dann auf den Dach. Scheint jetzt erstmal ein bisschen clever zu sein. Ich habe ja noch ein paar Blöcke. Die kann ich ja dann noch ein bisschen aufwerten. Und kann uns einen Balkon bauen. Balkon. Das ist eine gute Idee. Das mache ich auch. Erstens muss ich dann in der Nacht nicht runter. Und zweitens, wir haben alle gleich am Start. Ja. Dit is'n juter Plan. So kochen, Eier. Sag ich doch, ich brauche dafür Wasser. Scheißen, Dreck. Wie denn, innen liege ich die lieber so erstmal. Also, das Wasser brauche ich für was anderes. Sorry, tut mir leid. Dann machen wir das lieber erst mal so, wa? Ich glaube, das ist eine gute Idee. Oder ich packe das erstmal hier rin. Äh, ja gut, Nahrung kann man ja eigentlich noch ein bisschen drin. Ich kann mir ja auch erstmal die Kartoffeln machen. Das kann Dorsch gießen. Das will ich Stück. Jawohl. So machen wir das. So, und wie gesagt, dann mache ich hier Balkon technischerweise und dann stellen wir das Ding hier oben ruf. Das ist eine gute Idee. Das machen wir. Weil wie gesagt, dann ist das gleich hier um die Ecke und dann die Luft wie hochkürzer und wie gesagt, in der Nacht besteht keine Gefahr, dass der Ina Ina auf die Schläge kommt. Wisst ihr? Oh no. Haben sie was zum Trinken. Und dann können wir uns wieder um das Holz. Wie gesagt, wir haben ja noch eins, vier, drei Sekündchen Zeit und außerdem ist ja eh bald Nacht. Das ist ganz gut, wenn wir das jetzt machen. Obwohl, eigentlich könnten wir das in der Nacht machen. Ja, stimmt auch, will er. Solange Sonnenlicht da ist, sollte ich die mal nutzen, ne? Ich nutze mal die, das Sonnenlicht nutze ich mal jetzt erst mal, um Holz zusammen zu schabbern. für weitere Spikes. Das reicht zwar immer noch nicht, aber wir sind offen, wie ich war. kann ich doch nicht liegen lassen, alter Kohle, Mensch. Na, na, na. Keine Tiere, schade. Ich glaube, die nächsten Punkt werde ich dann nicht, äh, noch nicht in der Werkbank investieren, glaube ich. Ich werde die erst mal in Nahrung investieren. Obwohl, das jetzt hier ja, wie gesagt, hochwichtig ist, aber also Nahrung finde ich dann doch eher wichtiger. Werkzeug können wir uns noch später bauen und all das so was. Aber am Leben bleiben sollte doch eher Priorität sein. Da ist jetzt eine sehr gute Priorität. Diese Priorität werden wir priorisieren. Prioritätisch. Er ist schon wieder raus. Was soll ich machen? Oh, ich habe mir gerade in die Bild, dass da ein Klotz ist. Ist er aber nicht. Blöcke habe ich ja. Bloß einen Durchbruch machen, dann hänge ich da ran und dann schmeiße ich den da draußen auf den Dach. Mit einer schönen Tür, dass wir uns auch nicht auf den Sack gehen können. Später. Ich frage mich jetzt, wie wir das machen. Ob wir Villa so einen Laufsteg bauen. nach oben und dann die bekämpfen. Das klingt doch nach hinten im Plan. Also schon mal einen schmaleren Weg da hochbauen irgendwie und dann noch ein bisschen schmaler machen. Die ganze Sache. Damit sollten wir doch vielleicht so ehens wie Zombies Abstand mäßig halten können. Und dann brauche ich nämlich nicht um das Haus Spikes legen, sondern bloß über die Dings und ich spuck schon wieder runter. Genau. Und dann die Falle brauche ich dann bloß bei X legen. Oh, das ist eine gute Idee. Dann sparen wir noch mehr Zeit. Das ist eine gute Zeitplanung. Dann würde ich mal sagen, der Durchbruch dann hier oben so lang. Oh, das sind aber in den Zwiemetern, wo sie denn... Ja, gut. Ich brauche ja nicht komplett... Was soll ich denn meiner? Ich brauche ja eigentlich nur die zweite Etage nehmen. Und falls das dann doch zu hart ist, kann ich nach oben abbauen. Das ist eine richtig gute Idee. Das hier, der Bereich ist hordemäßig. Hier? Ne? Hier so lang? Und wenn es hart auf hart kommt, verpissen wir uns nach oben. Jo. Würde ich so ja den wegkloppen, dass ich hier so ein Holzdinger hinsetze. Weil wie gesagt, die können ja auch noch ein paar Sachen machen, kaputt. Und wenn ich hier hochklettere und den Block wegnehme, dann sollte das eigentlich funktionieren. Ne? Die kann ja hier immer noch hochspringen. Und wenn die Kacke am Dampf ist, dann nehme ich einfach den Block weg. Ja. Auch das ist jetzt erstmal geklärt. Warte mal, kann ich mir? Warten sie. Äh, Kaffee. Ich habe bloß Kaffeesamen da. Scheißendreck. Ne, ich habe Kaffee. Ja, gut. Dann machen wir uns mal in Kettchen. So, wenn möglich, ne? Ne, Kaffee ist nicht möglich. Ja, gut. Er war stets bemüht. Das war noch nicht nötig, aber und das gibt uns wieder ein bisschen Zeit. Die geht jetzt ganz schnell hier investieren soll. Weil solange ich das jetzt nicht fertig habe, dann kommt nämlich kein Wasser rein. So, quasi jetzt würde ich sagen, hier noch einen raus. Dann kommt da schon der Block ran. Da setzen wir noch ihn noch vorne ran und das hier kloppen wir später raus. Aber erst mal so, dass ich das drauf setze. Na, na, na. wie gesagt, da kann ich alles austauschen. Dass es so breit war. Wie gesagt, kann ich später noch ran bauen. Jo, eh noch. Und da müsste ich das da hoch stellen können. Und das Schöne ist, ich werde das jetzt aufwerten. Das heißt, ich kriege auch viele Punkte dazu. Äh, nein, nichts mehr und aber ich kriege hier x Meter durch. Ein wenig mehr, als wenn ich jetzt das sammeln würde, glaube ich. Reicht das eigentlich? Ich könnte das ja schon mal hinstellen, weil wäre ja gut, wenn das jetzt schon anfangen zu Wasser zu sammeln. Das ist schon radikal nicht radikal, sondern trotz Grenze hat vor nämlich schon rumgezeigt, aber das reicht. Das wird ja später besser, wenn ich das hier austausche. Den ist die Stabilisation ja doch ein bisschen mehr hier halten. Das könnte ich jetzt machen. Nein! Wegkloppen, nicht auf Pferden. Das musst du noch nie machen, Karin. Stück für Stück und dann solltet jeden. Balkon ist in Kommien. Wie gesagt, wenn das gefüttert ist, dann geht das besser. Halt! Und ich bin gleich an überlegen. Naja, was heißt an überlegen, muss ich so oder so machen. Wir werden uns gleich noch einen zweiten bauen, wenn möglich. Dann stellen wir den auch hier ruf. Dann hauen wir nämlich zwei mal Wasser pro Tag oder im Teil pro weiß ich irgendwas. Und mit dem Wasser hängt und fällt es ja wie gesagt nahrungstechnischer Weise und so. Werden wir später Wasser hier noch brauchen. Und dann brauche ich bloß noch die Schrehe und die werden wir dann verbessern. Ich werde die den Aufgang doppelt machen, dass die nicht gleich sofort weg kloppen. So ist jedenfalls mein Plan. Und später eben halt das auch gelaufen können. quasi wie ihr sagt bei der Warzog Staffel die erste Base die wir gemacht haben. So in der Richtung werden wir jetzt hoch ziehen. So. Jetzt kann das Wasser kommen. das bist du fast so ja hin hauen oder? Klebestreifen kriegst du ja hin? Alter, wie geil ist denn das? weiter. Also wir können uns jetzt noch mal einen zweiten bauen. Klebestreifen. So, Pipes haben wir. Klebestreifen sind coming. Plastik brauche ich noch. Ja, den Plastik kriegen wir doch zusammen, oder? Ja, das haben wir immer schnell, also Reifen und so auf dem Boden zusammenkratzen, das kriegen wir ja wohin, das haben wir ja letztes Mal nicht gekriegt, das kriegen wir jetzt wohin. So, das ist unsere letzte Handlung. Juni reifen auf rapen. Oder ist hier noch in der Richtung? Oh, hier ist ja auch nochmal, nee, hier ist kein Wasser drin, aber das kann weg, das ist Plastik. So, kein Plastik. Das ist auch kein Plastik, wa? Das hört zu den Zaunen und wird aus Eisen sein. Jep. Jep, 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 jep. Da einer drin? Nö, aber Loot. Leider kein Plastik. Schade. Leider kein Plastik, aber wie gesagt, Plastik sollte rein theoretisch nicht ihr Problem sein. Also wie gesagt, Mython und Jummi Reifen halt, erstmal looten und schön aus der Stanz abhauen, weil hier ist ein Hund. Das wissen wir. Aber schon ins wie mal in eurer Karriere gesehen. Achso. Ich hab jetzt sonst was gedacht. Wir kommen dem Ziel langsam näher. Hier ist auch Plastik, Mensch. Das ist kein Plastik, wa? Nee, da war ja Eisen, war ja logisch. So, fährt uns ja nicht mehr viel. Krieg hier noch ein bisschen Plastik raus? Na, Siggi. Nix. Hier, gut. Können wir uns mal ein bisschen besser umkicken hier. Ist ja jetzt ein bisschen heller. Aber hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Das war Plastik. Oh, das sollte ich auch mitnehmen. Nischt. Nischt. Na, die bloß Eisen, Nee, Plastik. Komisch, das funktioniert. Da kriegen wir Plastik, aber wenn wir im Moment mal, dann haut es ja doch mit den Autos hin, vielleicht eventuell, der muss ich was zurücknehmen. Aber normalerweise kriegst du doch bloß, wenn du auseinanderschrauben kriegst, die Materialien, und nicht, wenn du das auseinanderknüppelst. Na gut, Eisen brauche ich aber trotzdem. Da hinten ist noch eine Tonne. Ohne, du kriegst weiter, Eisen. Aber ist ja nicht so schlimm. verdammt nochmal. Es fehlt doch nicht mehr viel. Eine lumpie Tonne. Oder ein Reifen. Oder ein Reifen und eine Tonne. dafür klaue ich den Stein. So. Oh, da sind Tonnen. So, wir können unseren Wasserspender bauen. Und da ist er. Ach nee, bin ich denn doof? Ich kann ihn hier sehen. So, der zweite ist hochfertig. Aber heute will er richtig malocht. Was das Überleben angehen tut. Also Nahrung ist jetzt noch ein Ding. Aber trinken sollte jetzt, ja, wir sind noch nie ganz von, äh, Außendampfer, aber schon auf dem Jutenweg, würde ich mal sagen. Und nach einer bestimmten Anzahl von Questen und so sollten wir doch die Fülldasse und so kreieren. Vielleicht finden wir sie ja schon vorher. Ja, das kriegen wir schon hin. Joa, ne? So, das muss ich, wie gesagt, noch hier das schön hinbauen. Reicht das überhaupt? Das ist ein bisschen eng, wa? Vielleicht Musik da vielleicht noch einen Ticken breiter bauen. Aber jetzt hier erstmal reicht das. Hier soll ja nichts anderes mehr auf. Ja, das funktioniert. Und das Seite hoch. So, dann haben wir das fertig. Dann muss ich hier bloß noch eine Tür drin setzen und dann ist es gut. Also Leute, wir sind hier durch. Alles geschafft. Das wird halt vielleicht raus machen, aber das ist nicht so schlimm. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, wenn ja, Däumchen, Träumchen nicht vergessen. Abonniert den Kanal. Unterstützt mich damit. und vor allen Dingen macht euch einen schönen Tag. Ich bin raus. Tschüss.